Hallo, willkommen in meinem Video. Wir spielen hier eine Runde Team als Trio. Ich wünsche euch viel Spaß hier in meinem Kanal. Ich hoffe, ihr abonniert mich. Und verprügelt den Like-Button, wenn euch das Video hier gefällt. So Leute, wo wollen wir denn Schönes hin? In welche Stadt? Solty Springs, was es bald nicht mehr gibt. Wie gesten mit Solty Springs, Leute? Was es bald nicht mehr gibt? Ich heule, was es bald nicht mehr gibt. So, die ist mir ja gescheißegal. Verdammte Scheiß, noch vier Stufen für diesen Scheiße-Mode. Naja, ich muss auch noch so viele Stufen machen. Naja, okay, ihr habt das die Depot ausgewählt, dann geht's halt dahin. Das ist so wenig. Ich hab gerade wie rasiert mit dem. Ich hab gerade nicht mehr. ich habe noch gar keine Waffen ich kann noch gar nicht helfen Ende des Lohls 10 HP oder? Äh? Ah ja doch 10 Bro Ja jetzt zu fragwürdig sind da noch die Gegner? Ich habe noch gar keine Waffe Halt mal dich fest, du Schweinehund Ey, könntest du mal bitte die Sachen sein? Lassen, sonst muss ich dich muten Hehehe, der ist schon rausgegangen Hehehe, der ist schon rausgegangen Das ist ja mal... Das ist einfach mal beleidigend für unseren Video Okay, ich mache einen Neustart Oh nein Ah, schade Zweinsatz mit X, das war wohl nichts Nur kurz A Ich muss mal Musik finden, die Copyright ist Nicht Copyright, meine ich Nicht Copyright, meine ich Oh Mann Ich stehe jetzt nicht Oh, krass Oh, krass Oh, 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 oh Oh... Oh, oh, oh Oh, 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 oh Ja, da kann ich nur nochmal Dank an den einen Abonnenten geben. Danke für das Hüpf-Lama. Ich bin echt happy drüber. Ich bin echt glücklich. Nein, hat Spielchat. Zu dem. Die Bläsen. Ha, einer wohne und Süße. Die Bläsen. Boah, sind wir jetzt nicht mehr in Waffe. Leute, ich glaube es ist der Tod von mir. Ah, ich wurde auch schon gefunden. Gut, ich bin nicht der Erste. Scheiße hier war ich Hau hin Boa, das hat mich übersehen. Lauf Ja, ich hab immer noch keine Waffe. Hatte ich übersehen und meine Karte hast trotzdem nicht eingesammelt. Oh, gut. Sammeln. Ich hab immer noch keine Waffe. What the fuck is it, man? Warte, ich komm gleich wieder. Brrrr. Alter, von beiden Seiten. Oh, Mann. Die haben mich ins Kreuzfeuer genommen. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Hallo Hallöchen Sivan? Hä? Ne, wir kommen gar nicht rein Wo ist? Was ist? Wo ist? Weiß nicht Moin, hier ist Gu Moin Und tschüss Ciao mit V Wir sind Wir sind Wir sind Wir sind Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Bis es auf der Hit kommt, dann ist es weg, vielleicht. Das war's für heute. Das war's für heute. You want a pump? Let's go. Ja. Komm doch. Statt die pump zu nehmen, nimmt er, macht er die Tür zu. Jetzt gibt's keine Tür mehr, jetzt hab ich Wand eingerissen. Ja, ich will ein bisschen renovieren. Ich muss mal ein bisschen meine Wohnung umgestalten. Wenn Zoltysprings eh umgestaltet wird. Also. Ja. Okay, wird doch mal Zeit, Zoltys ist schon der Season 1 da. Ja, das hab ich auch schon gehört. Wusste ich noch nicht mal. Ja. Man lernt nie aus. Bei diesem Spiel. Okay. Okay. Das war's für heute. Ich krieg den Rasierschaum. Ach, hast du den Rasierschaum eingepackt zum Rasieren hier? Ja. Achso. Ne, ich vergesse den immer. und nein haben sie dich leider erwischt nein nein 1 als ob ich den hittet die Gamer oh, was soll ich? wo ist der Pesha? der Pesha ist weg der Pesha muss oben rein anke bitte Pesha muss oben rein soll er abgehauen sein weil ich habe den hinderkaufsgibchen ich höre ihn nee kann er nur sein nee klar Oh, Roboter kommt. Oh nein. Die letzten paar Runden um meinen Rasierschaum vergessen habe, ich habe jetzt hier das angebracht. Oh, shit. Der Roboter ist hier. Okay, es ist exkludiert. Also ich forschne, der hat einen 100er-Hit. Hier gerade hat mein Keggefühl. Ich war's nicht. Mein ganzes Scott geht auf ein. No skin. Ich frag mich, wo sind seine teammates geblieben? Gute Frage, nächste Frage, ne? Das sieht hier aus mit dem Monster. Nein. Ja. Ich fasse das. untergefallen ich habe ein bisschen schocker muni untergefallen ich habe medkets ich habe medkets oh WTF, ich hab schon voll Holz Das war Mellonbro, der musste wieder ein bisschen rumballern Nein, das war der andere hier Ich hab nichts mehr Was brauchst du? Ich hör was Kann dir ein bisschen geben Power-Tassen gespawnt Digga, Alter, als ob noch so viele leben Nee, ich hab nicht mehr so viel Ah, warte hier Hey Leute, wie wir abhauen, wollen wir auf dem Jumppad, ne? Ja, ich will gucken, ob ich einen Roboter holen kann Mhm Sind doch gerade welche runtergekommen Ich weiß jetzt noch nicht, wo sie sind Alle sind schon weg, Mist Dann hat sie irgendwie anders nicht gegriffen Ich höre mich grad doppelt, ne? Warum hörst du doppelt? Ich mach doch gar keinen Livestream Okay Okay Ne, ich glaub es werden sie nur Natur Ninja, keine Ahnung Ein von den beiden ist das Entweder Oh, ich lecke Ich lecke mal wieder Ich will sie Ich will sie Ich will sie Oh, bro, hat wirklich niemand gedacht, man muss eine Wand Also man muss das unsprayen da Okay Hey Oh, dieser Bug kriegt mich so auf, ne? Ich höre einen Roboter stampfen Oh, wir müssen die Nose löschen Ich weiß noch nicht von wo Alright Auf und da auf den Berg Ja Ah, einer hat einen Hit Ja Ja Nein, ey Mann Die beiden Seiten sind wohl Ja Ja Zurechten geht einer Ah Shit Ja 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 Das war's mal wieder Ich hab hier auch schlechte Frequenz mit Ping Achso Ja, mein Anbieter hat wieder eine Netzstörung ohne Ende Darum mach ich ja auch keinen Livestream Leute, wenn's euch nicht macht Leute, wenn's euch nicht macht, ne? Ja Ja, ich... Geh, scheiße 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 Egal Ach, ich weiß noch mal, okay, ich weiß noch eine gute Runde Ah, Endmoderation Ja, du kannst mal eine Endmoderation machen Ja Ja, das ist gut, du kannst mal eine Endmoderation machen Tja, ich... scheiße dafür Huum, ich bist du scheiße dafür Tut, ich fühlst du scheiße dafür Leute, wenn ihr fragt, wo ich ein Backblend hild habe! Season 3, Schock gratis. Schock gratis. Schock gratis. Schock gratis. Alles klar. Ich bin schon wieder da. Wie? Ihr lasst mich alle leihen? Das könnt ihr doch noch nicht machen. Ah schade, egal. Bis zum nächsten Mal. Schade, schade. 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 Ja. Schade. Nein. wir hüpfen hier in der lobby rum was in polen ja natürlich war ich schon mal in polen welche stadt in irgendeinem dorf in keiner stadt vom kumpel der herrn der polen gezogen ist hier nach deutschland und den habe ich in der schule kennengelernt und wir dann sind zusammen mit seinen eltern nach polen gefahren da doch dich mit ich bin hier zu drühe gewesen alter ich sag dir ein die mitten am strand da das regt so auf und die ganze welche verkäufer die schreien ja leute ich bin ein bisschen müde ich weiß kommt von der arbeit in der woche nächste woche darf ich sogar wochenende arbeit ich freue mich schon ja 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 ich habe schon gesagt da ich bin 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 jetzt hier drin, ich bin jetzt hier drin. direkt erst meine waffe markiert keine zu haus schönes ding ich mag es auch nicht deswegen sage ich auch schönes ding ironie so eine schöne waffe kann es doch ganz viele mit rasieren ach mist ich habe hier ja habe ich doch eben bei form ist match gemacht habe ich doch einen mit der spitzhacke gekillt und deswegen hatte ich ja auch nur noch 40 hp meine spitz hatten duell gewonnen habe mal wieder ein wunder eigentlich mag das nur bei till des towers aber gibt es ja nicht mehr gibt ja noch noch till the town und ich werde schon wieder weg gelesen mann er hat mich er hat uns alle mal schön gepickt ich hasse den bruder der macht das immer die ganze zeit denkt er nur in sich ganz zeit blabber blabber Ich spüre, ich kicke den, Alter. Kicke den, Alter. Oh, 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 oh. Oh, ist aber nice, das Geschenk. Ne, findest du denn nix? Ja. Och, was kommt da denn jetzt raus? Uuuuh, eine Abkühlungsgefällig, okay. Ich dachte, da wäre ein Like für mich drin. Das macht mich traurig. Um mich glücklich zu machen, brauche ich Likes. Oder Abos. Oder Abos. Du scheiße N-n-n-n-n Was sind deine Zeit, Alter? ich kann meinen Sch� aber nicht das, was ich vorabend ist Los geht´s ok wir kriegen den roboter nicht oder einer von euch schafft es rein zu gehen und dann selbstzerstörung ziehen mein gott ich hab's geschafft aber er ist nicht kommt oh mein name ja alles klar Warum hat er mich schockiert? Ah, nicht fast, dass ich mich schockiert habe, wenn sie nicht Alter, neu spiel Oh Mh 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 Yepb Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Gefällt, dass er noch ein Like darf. Leider redet er nicht. So Leute, dann tschüss tschüss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir sehen uns den nächsten Tag wieder.